Willkommen zu FOCUS NEWS Unter dem Motto «Studieren ohne Barrieren» unterstützt die Universität Basel Massnahmen, welche die gleichberechtigte Teilhabe von behinderten und chronisch kranken Studierenden ermöglicht, damit alle ohne Barrieren studieren können. Auf Initiative von Prof. Dr. Hedwig J. Kaiser wurde das Projekt «Studieren ohne Barrieren» Ende 2010 in Auftrag gegeben. 20 Vertreter erarbeiten Angebote und setzen Massnahmen um. Der rechtliche Rahmen bilden in der Bundesverfassung das Diskriminierungsverbot und das seit 2004 geltende Behindertengleichstellungsgesetz mit den kantonalen Verordnungen. Das Angebot umfasst für hörbehinderte Studierende Hörschleifen in den Hörsälen für einen besseren Zugang. In Bochum, Deutschland, stand vor zwei Wochen ein Logopäde vor Gericht, der zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. Sein Vergehen war der sexuelle Missbrauch an einem fünfjährigen Mädchen. Der Logopäde animierte das Mädchen zu Doktorspielen. Er habe sich selber die Hosen ausgezogen und das Mädchen im Intimsbereich berührt. Zusätzlich erhielt der Verurteilte ein vierjähriges Verbot zur Behandlung von Minderjährigen. Berlin Die zwei Forscher Matthias Heidenreich und Stefan Lechner fanden heraus, dass gehörlose und schwerhörige Personen gegenüber hörenden Personen über einen empfindlicheren Tastsinn verfügen. Sie haben herausgefunden, dass die Sinneszellen auf der Haut ähnlich funktionieren wie die Haarzellen im Ohr. In der Stadt Wien in Österreich besucht die Mutter Eva Maria Meisel und ihr vierjähriger Sohn Philipp die Lerngruppe des Vereins Kinderhände, um die Gebärdensprache zu erlernen. Die Mutter meint, gehörlose Kinder brauchen gehörlose Identifikationsfiguren. Der Sohn ist schwerhörig und braucht Gebärden. Der Arzt jedoch sagte, dass Philipp nicht Gebärden lernen solle, da er sonst nie die Lautsprache erlernen wird. Die Mutter fand einen Logopäden, der gleichzeitig beim Erlernen der Lautsprache die Gebärden mitlehrt. Die Wiener Sprachwissenschaftlerin Verena Krausnecker, die damals in Logarno am SGB-FSS-Kongress im 2009 ein Referat hielt, fordert schon lange, die bilinguale Methode einzuführen. Bis jetzt ist dies aber in den Schulen kaum umgesetzt worden. Die Mutter meinte, dass es auch finanzielle Gründe habe. Der Verein engagiert sich aber weiterhin. Am 8. Dezember werden gehörlose Kinder auf dem Schönenbrunner Christkindlmarkt Weihnachtslieder singen, nur mit Gebärden und dadurch Geld für die Förderung der bilingualen Schulen sammeln. In Japan liess sich ein gehörloses Paar ein Haus mit 100 Fenstern errichten. Der Architekt Tadeschi Hosoka hat die Idee der Familie umgesetzt. Die Eltern können so besser auf ihre Kinder aufpassen, sei dies drinnen oder draussen. Vor fünf Jahren wurde das Haus mit den 100 kleinen Fenstern errichtet. Die Fenster sind nicht nur in den Wänden, sondern auch in den Böden. Die Pflanzen können so durch die Öffnungen wachsen und es erlaubt eine bessere Luftzirkulation. Am vergangenen Samstag ging die Futsal-Weltmeisterschaft in Örebro, Schweden, zu Ende. Die Schweizer Mannschaft hat einige Spiele verloren und landete auf dem 12. Platz von insgesamt 16 Mannschaften. Das letzte Spiel Schweiz gegen Brasilien endete mit 5 zu 11. Es war trotz Niederlage ein schöner Schlusspunkt. Die Schweizer tauschten als schöne Erinnerung die Trikots mit der brasilianischen Mannschaft. Zusätzlich wurde der Torhüter Marco Saliocco nach 16 Jahren in der Nationalmannschaft mit der anerkennenden Käpt'n Binde geehrt. Danach schoss er die Penalty. Die letzte Ehrung erfuhr er kurz vor Spielende, als die Schweizer ein Time-Out verlangten, um Marco Saliocco einen würdigen Abgang zu ermöglichen. Unter dem Applaus des Publikums und beider Mannschaften wurde er verabschiedet. Ein berührender Moment. Gesamtresultat der Futsal WM 2011 Weltmeister, Herren 1. Platz, Iran 2. Platz, Türkei 3. Platz, Russland Weltmeister der Frauen 1. Platz, Russland 2. Platz, Dänemark 3. Platz, Deutschland Das war's für Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. 3. Platz, Russland planets, June